Musik Willkommen bei Schlesien Journal. Heute besuchen wir Menschen, die zweisprachig aufgewachsen sind. Wir schauen mal, welche Vorteile die Zweisprachigkeit mit sich trägt. Doch zuerst die Infos. Musik Großstein. Hier findet schon traditionell das Schlesien-Seminar statt. Dieses Jahr zum 16. Mal. Im Mittelpunkt der Gespräche steht Schlesien mit seiner kulturellen Vielfalt, seiner Sprache und den Menschen. Das Schlesien-Seminar dauert vom 5. bis zum 9. Oktober und steht unter dem Motto Schlesische Identitäten, Erinnerungskultur, Reichtum oder Konfliktquelle. Wer mitdiskutieren möchte, ist herzlich eingeladen. Organisator ist das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Mehr Informationen finden Sie auf www.haus.pl Seine Ausstellung über alte deutsche Rechnungen aus Schlesien, der Lausitz und dem Sudetenland wandert durch ganz Polen. Nun hat Bogdan Jaschinski auch das Buch unter dem Titel Starke Marke schafft Gewinn geschrieben. Der Ethnologe besitzt die größte Sammlung alter Firmen, Papiere und Rechnungen in ganz Polen. Sein Buch zu diesem Thema hat er zweisprachig veröffentlicht und das aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn ich nur diese Bibel heruntergelehrt habe, hätte ich einen schweren Effekt. Weil es nicht viele Menschen gibt solche Sachen, diese Schlesien-Akzyden. Aber in Niemczech gibt es viele Schlesien und es sind wirklich sehr viele Fachkräfte. Das Buch »Starke Marke schafft Gewinn« ist die erste populärwissenschaftliche Bearbeitung zum Thema Firmenpapiere und Firmenrechnungen aus Schlesien, der Lausitz und dem Sudetenland. Auf der Seite www.e-historie.pl finden Sie Interviews über die bewegte Geschichte Oberschlesiens. Das Projekt Archiv der erzählten Geschichte bietet jungen Menschen die Möglichkeit, diese Geschichte hautnah zu erleben. Erst mussten die Jugendlichen das journalistische Handwerk erlernen, bis sie sich auf den Weg machten zu ihren Großeltern und Nachbarn, um sie über den Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit, die Arbeitslager, den Kommunismus oder die Gründung der deutschen Minderheit zu interviewen. All das wird auf der Internetseite festgehalten. Organisator des Projektes ist das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Die deutsche Minderheit sucht den Superstar 2011. Wenn du gerne singst, dann melde dich an. Egal ob Jazz, Rock, Hip-Hop, R'n'B oder Pop. Hauptsache in der deutschen Sprache. Der Wettbewerb richtet sich an alle, die sich für deutsche Unterhaltungsmusik interessieren. Egal ob Solisten oder Bands, die Teilnehmer müssen zwei Lieder vorbereiten und sich bis zum 28. Oktober anmelden. Das große Konzert wird am 20. November in Gogolin veranstaltet. Weitere Informationen unter www.dsgn.vdg.pl Etwa 70% der Weltbevölkerung spricht täglich mehr als eine Sprache. In unserer Region wird immer mehr Wert darauf gelegt, Kinder zweisprachig zu erziehen. Knapp 24.000 Kinder in Polen lernen Deutsch als Minderheitensprache, die meisten in der Open Region. Zweisprachigkeit bedeutet vor allem mehr Chancen im späteren Berufsleben. In der zweisprachigen Eichendorffschule in Solarinia lernen in diesem Jahr 161 Kinder. Sie lernen Deutsch als Muttersprache. Eines der Kinder ist Dominik. Wie war in der Schule? Gut. Wir haben heute Klassenarbeit gehabt. Schön. Komm. Es gibt so etwas wie der Sprachrhythmus, also die gesamte Phonetik, die Aussprache. Nicht wahr? Das ist etwas, was am Anfang entwickelt wird, nicht wahr? Oder entwickelt werden muss. Und das ist wichtig. Guckst du denn da? Das. Oh, das ist der zweisprachige Kindergarten? Ja. Da gehst du auch bald hin. Na schau mal, was machen die denn da? So viele Kinder? Hast du noch nicht gesehen, oder? Es ist sehr wichtig, mit dem zweisprachigen Unterricht früh anzufangen. Untersuchungen bestätigen, dass Kinder eine Sprache auf natürliche Weise lernen. Ach die Kappe, die große, blaue, die ich da esse ich gerne. Ach die Kappe, ich kann mich rumholieren. Ja, das ist ja wirklich schön, Simila, dass wir uns endlich treffen konnten. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Seit Mai, da warst du noch so richtig schwange, mit so einem Bauch. Stimmt's. Das war, glaube ich, schon das Ende der Schwangerschaft. Ja, ja. Wie ist das? Der Simon ist inzwischen zweieinhalb. Sprichst du mit ihm auch draußen Deutsch oder nur zu Hause? Ja, ich mache das sowohl zu Hause als auch draußen. Ich versuche das wirklich konsequent zu machen. Und wie reagieren die Leute? Eigentlich ist es gar kein Problem, die Deutsch zu sprechen, denn viele verstehen ja auch die Sprache hier. Wenn ich dann zum Arzt oder zum Zahnarzt gehe, dann fragen die Ärzte schon nach, ah, der wird ja zweisprachig erzogen. Klar, also denen fällt das schon auf. Du wirst auch sehen, die Leute, die vielleicht jetzt komisch gucken, die werden in der Zukunft neidisch drauf sein. In zwei, drei Jahren merkst du, dass die zwei Sprachen perfekt sitzen. Ja, da bin ich froh. Schön. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Das Problem ist, viel wichtiger ist, dass die Eltern dann konsequent sein müssen, nicht wahr, und die Sprachen miteinander nicht mischen sollten, nicht wahr? Denn das Kind identifiziert die Sprache mit einer Person, mit einer Situation. Zweisprachigkeit ist in Schlesien ein wichtiges Thema. Die deutsche Minderheit ist sich dessen bewusst. Sie organisiert Kurse und Konferenzen zu diesem Thema. Oft kommen auch Gäste aus Deutschland zu den Veranstaltungen. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von der Motivation hier, die Kinder bilingual zu erziehen, weil Bilingualität ganz neue Perspektiven eröffnet für die Kinder, für den Beruf, um das Erlernen einer neuen Kultur. Und vor diesem Hintergrund ist bilingualer Unterricht ganz entscheidend. Wie wichtig Deutschkenntnisse sein können, zeigt das Beispiel von Raimund Adamiec und seiner Firma. Er hat die Sprache zu Hause gelernt. Viele Unternehmen aus Deutschland suchen den Kontakt nach Schlesien, weil sie gerade hier deutschsprachige Partner finden können. David Waloschek studierte Architektur in Dresden. Er koordinierte die Projektarbeiten am Breslauer Fußballstadion. Nun arbeitet er mit einer Gruppe von Oppelner Architekten zusammen. Viele Sprachen zu sprechen bedeutet eben, neue Möglichkeiten für sich zu öffnen. Jede Zweisprachigkeit gibt einen tieferen und breiteren Zugang zur Welt überhaupt. Und wenn man schon zwei Sprachen kennt, dann hat man auch nicht eine allzu große Mühe, noch weitere Fremdsprachen zu erlernen. Und insofern können wir auch die Geschichte unseres Landes näher ergründen. Und man ist dann offener. Man ist dann nicht so irgendwie in sich verduckt. Aber man öffnet sich auf das Reichtum, kulturelle Reichtum der Nachbarn. Die deutsche Minderheit hat im Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit in Oppeln eine Beratungsstelle für den Bereich Deutsch-Polnische Zweisprachigkeit eingerichtet. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Bis in einer Woche wieder. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017